hallo ihr lieben herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe geld verdienen im internet heute das thema juckel und wie mache ich eine auszahlung ich habe gerade eine auszahlung gemacht könnt ihr sehen ich habe im kontostand von 5172 juckels habe mir vorhin diese quasi eine auszahlung beantragt von 50 juckels also ihr wisst ja ab 50 euro kann man hier auszahlen und das könnt ihr hier sehen deine anfrage zur auszahlung ist bei uns eingegangen und wird schnellstmöglich bearbeitet so jetzt haben wir heute den 10 februar um 18 46 habe ich die eingegeben und ich werde euch natürlich dann auf dem laufenden halten wann dass diese zahlung bei mir auf dem konto eingegangen ist es ist aktuell nur möglich per bankkonto auszahlen lassen zu können und ich möchte euch aber jetzt noch kurz hier dieses update noch schnell nicht vorenthalten also es ist im moment ist es so dass wenn eure partner wenn ihr hier freunde bekannte quasi einschreibt dann ist es so dass wenn euer partner dieses premium premium account bucht sprich diese drei euro nachzahlt ja also für den premium für das premium upgrade dann bekommt ihr für diesen partner 500 juckel und für alle die einfach normal mit der basis mitgliedschaft arbeiten bekommt ihr 100 juckels einfach das noch kurz zu euren infos ja also ihr könnt ihr auch lesen für bass mitglieder für die ihr noch keine punkte erhalten habt zahlen wir euch 500 punkte sobald diese uns ihre identität nachgewiesen haben ja also alle die sich jetzt bisher eingetragen haben sollen doch bitte ihren 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 account verifizieren das könnt ihr auch hier lesen ja und dann bekommt ihr diese auszahlung für diese gut geschrieben gut das war es zu diesem video wir sehen uns dann im zweiten teil wenn ich euch zeigen kann wann die auszahlung bei mir rauf gekommen ist wir kommen zurück und zwar zum zweiten teil von juckel net die auszahlung ja ich habe ja wie im ersten teil bereits gezeigt meine auszahlung hier angegeben bei juckel und möchte euch jetzt hier zeigen wie schnell dass diese auszahlung jetzt auch wirklich angekommen ist wenn ich noch kurz abschweifen darf hier es sieht wundervoll aus die seite wurde überarbeitet also man sieht hier auch schon wie in der app hier kann man sehen wie wie viele neue sachen hier es ist übersichtlicher geworden diese ganze geschichte also es wirklich wundervoll wir sehen hier die gesamtanzahl an mitgliedern man kann jetzt auch hier direkt sieht man die neuesten werbung kann diese auch hier klicken gleich auf der seite man muss nicht mal mehr auf die app beziehungsweise hier ins menü rein und ihr könnt schon sehen wir gehen jetzt kurz in die aktivitäten die anfrage wurde beantragt ja also die hier wird 10 februar ist diese anfrage hier raus heute haben wir es den 14 2 freitag war der zehnte bei logischerweise das wochenende noch dazwischen also ich würde jetzt mal sagen zwei werktage bis dieses geld hier wirklich auf dem konto ist da kann man absolut nicht meckern also gefällt mir sehr gut ja und ihr könnt übrigens auch sehen es wächst hier wieder unaufhörlich habe nämlich schon wieder 12 euro in meinem juckel account ist echt wahnsinn wie schnell das geht und als beweis hier natürlich auch von meiner bank ja die mitteilung ja dass diese 50 euro die wurden hier umgewandelt in 52 franken da ich ja aus der schweiz in der schweiz wohne ja ihr könnt ihr auch den wechselkurs sehen wurde das umgewechselt und ist auf meinem account angekommen also von daher gesehen ich kann nur sagen diese juckel app ist wunderbar es funktioniert einwandfrei ja macht sich also hier wirklich bezahlt wenn man diese app nutzt ja das war es zu diesem video wenn du dich anmelden möchtest für diese wundervolle app dann findest du den link unterhalb von diesem video in der beschreibung wenn ich dir helfen kann oder du irgendwelche anregungen für mich hast oder irgendwas was ich dir zeigen soll im nächsten video schreibt mir das doch bitte in die kommentare rein ich würde mich natürlich auch freuen dich bald im nächsten video wieder begrüßen zu dürfen und bis dahin wünsche ich dir nur das beste viel spaß beim geld verdienen und natürlich den maximalen erfolg bis bald dein patrick und tschüss curry für dich beim bei 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 Vielen Dank.